Und das sind die Gefinder der Berlinale. Das ist der zweite Platz der Berlinale 2016. Ah, ich bin hier im Blaumilchkanal, im weltberühmten Blaumilchkanal. Ich bin sogar aufgedrückt, das ist völlig super. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Das Trendgetränk, schlechthin seit zwei Jahren in Berlin. Rhabarber-Schorge. Hier ist echt mal... Nicht unbedingt, dass das mein Lieblingsfilm ist, aber... Yvraim Krishan war einfach Pflichtlektüre, also für mich zu dem Zeitpunkt natürlich. Ich hab ihn nur geknackt. Don Quichan. Don Quichan. The Zuck Show. Berlin. Ach, ich liebe Comics. Die Blaumilchkanal gehört zu Berlin wie... Thierrys Travis. Thierrys. Ah, ich müsste gerade auch erzählen, weil das ist ja eine wahre Story. Ich hab den Film... Hier ist übrigens eine Leinwand. Ich hab den Film in meinem Schulclub gezeigt, als Teenager. Mein Schulfilmclub. So, hier um die Ecke ist so ein... Springer-Café. Bin ich auch schon mal ein paar Mal nachgefahren. Genauso stelle ich mir vor. Er heißt Gottschall. Da hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn Thomas der Fernsehmoderator ist, dann muss er irgendwie sowas machen. Völlig okay. Also für ein Presse... Für ein Pressebüro ausgezeichnete Ecke auch. Und ich sitze jetzt im Blaumilchkanal und träg meinen Rhabarber. Da lief echt auch richtig gute Blues, Rock, Soul-Music. Ich freu mich jetzt, dass ihr einen Sonnenplatz habt. Wie Oskar. Und das hat mich auch gleich zum Nachmen gebracht. Rollberg-Traurei. Mit dem Spruch. Das ist eine Farbe. Ja. Okay, danke. Also logisch. Wenn man jetzt den Graffito von da hinten nimmt, Sport hat mit Fantasie so viel zu tun, wie ein Auto mit einem Flugzeug. Also höchstens die Räder. Hä? Fantasieräder. Das 20. Jahrhundert baut auf die Erfindung des Rades auf, natürlich. Ja. Nur, dass wir im 20. Jahrhundert auch gelernt haben, abzuheben. Vom Konto. Das sieht schon ein bisschen nach Being aus, ne? Genau diese Ecke hier ist schon ein bisschen chinesisch. Und mehr Fantasie ist was anderes als als die neueste Albtraum-Produktion aus Hollywood. Insofern passt das ja auch zu dem Plakat nebenan. Roll Disney Fantasie. Ja, den hab ich den Tag als verdankt. Playstation. Das ist Playstation. Danke euch. Flupp, flupp. Mensch Mensch Mensch. Die hab ich auch grade gebracht. Also das Konzert gestern war äußerst düster. Das düsterste Konzert, das ich vom Wasserleumont-Kult jemals erlebt hab. Und, äh, wir hatten ja auch den Spruch da, ich hol mir ne Fanta. In den 90er Jahren war mein Spruch Fantasie fand er, er fand er alle. Und da müssen wir halt ne neue Kiste holen. Wohingegen heutzutage ihr die Fanta retro holen könnt aus den 70ern. Boah, hier. Ich nehm doch den untereinander konkurrierenden Flaschensammler-Banden nicht die Flaschensammel-Aktion weg. Weißt du, ich versteh das auch nicht. Ich meine... In Bremen haben sie dafür extra so Haltestellen um die, um die, äh, öffentlichen Papierkörbe gepackt. Und das scheint jetzt so meine Lieblings, äh, Tram-Haltestelle zu sein. Ne? Geil, 2016 bin ich bin endlich auf Asch-D. Man denkt... Silber-Mond. Wow, meine Gedanken sind jetzt auch in High Definition.